Es ist alles zugeschüttet von oben. Was ist das? Das ist ein Nest. Ein wunderschön hier aus der Unterwelt. Heute geht es mal wieder in ein altes Schieferbergwerk. Und wenn ihr miterleben wollt, was wir hier so alles finden, dann dranbleiben. Aber auch hier wieder Zivilisationsmüll. Ich bin natürlich heute nicht allein hier. Der, der da angeschlichen kommt, den kennt ihr ja. Den brauche ich euch nicht vorstellen. Morgen. Und den habt ihr auch schon mal gesehen. Morgen. Rollen wir mal. Na, er ist da lang? Ne, geh mal da. Ich gucke nur. Achso. Guck mal, der hinten schön ist. Es geht immer tiefer und tiefer. Hier zeigt es sich wieder ab. Hier ist kein Weiterkommen mehr. Hier ist alles schon runtergekommen. Wenn der Torsten ganz gaskrank ist, klettert er da hoch und guckt. Das ist alles zugeschüttet von oben. Ja. Ja. Ist das wohl Huibu, seine sehr verrostete Rasselkette. Da vorne sind noch Überreste. Das können alte Pressluftleitungen gewesen sein, aber die ist Ei. Die ist knusper wie ein japanischer Geländewagen nach 20 Jahren. Und jetzt die, die japanische Geländewagen fahren, nicht beleidigt sein? Ich habe selber zwei gefahren. Ich weiß, wovon ich spreche. Nein. Oh. Ja, das könnte eine interessante Stelle werden. Und hier verzweigt es sich schon wieder. Wieder? Ich würde sagen, erst mal geradeaus gucken, ob da Ende ist. Ja. Würde ich auch sagen. Hier schläft einer. Hier vorne geht es wieder nach oben. Sackgasse hier erst mal. Mal schauen, was sich in diesem Gang so verbirgt. Hier runter geht es ins Wasser, was wir da vorhin eben gesehen hatten. Es kommt hier raus. Wollen wir mal gucken, wo uns das Wasser hinführt. Das könnte jetzt interessant werden. Also das ist ja diese Kalgestänge, wo wir eben dort oben waren. Aber da hinten unter dem Fels, da geht es auch noch weiter. Da vorne sind wir eben hergegangen. Haben von hier oben reingeguckt. Sind jetzt einmal praktisch ganz hinten rum in einem Bogen. Da lang. Und jetzt geht es da weiter. Kopf einziehen, jetzt wird es eng. Und wieder größer. Eieieieiei. Freunde, hier gibt es noch einiges zu sehen. Ja, hier alte Hinterlassenschaften. Man kann leider nicht mehr kennen, was das war. Hier haben wir noch ein Schächtelchen. Das steht da drauf. Irgendwas mit Chemie. Oh, ganz vorsichtig. Kann man es ja nicht gut machen. Sprengpulver 2, 25 Millimeter. Wasak Chemie AG. Hier unten sieht man auch noch alte Nägel, die das Holz festhalten. Ja doch, das ist Holz. Was dann in die ganze Steinwand stürzt. Hier geht es wieder hoch. Ich würde vorschlagen, wenn wir jetzt einmal im Wasser sind, folgen wir erst mal ihm. Wasserstand nimmt ab. Mal gucken, was uns da vorne noch so erwartet. Ich hoffe, bei dem ganzen Geplätscher hört man mich überhaupt gescheit. Hier geht es hoch. Grobe Vermutung vorab, wenn man jetzt hier hoch geht, kommt man wahrscheinlich da vorne runter. Hier könnte Ende sein. Hier ist Ende. Wunderbar klares Wasser. Hier geht es nicht weiter? Ja, kannst du mal gucken. So, machen wir doch. Wir wollen ja alles sehen. Das hier ist ein Abraumhalde. Wenn man jetzt hier vorne weiter gehen würde, käme man wahrscheinlich hinten an der einen Ecke raus, wo es rechts hoch ging. Und was man hier sieht, das sogenannte Engelshaar. Das sind Wurzeln, die dann von oben sich so langsam den Weg durch das Erdreich hier runter machen. Wollen wir mal gucken, wo es hier lang geht. Wenn die Vermutung stimmt, ist das praktisch oben dann quer zu dem, wo wir gerade waren. Hier ist zu. Aber man sieht hier die Schuttwand. Ja, sicher. Eine gemauerte Wand. Wenn es da oben her gehen würde, käme man wahrscheinlich auf der anderen Seite an raus, wo wir eben standen. Hier, das war noch eine riesige Halle hier. Ja, haben sie nach und nach dann mit dem ganzen, was sie nicht hier brauchen konnten, zugemacht. Ja. Wir kommen doch weiter. Wir machen mal was die Blumen aus hier nachkriegen jetzt. Seid mal ganz kurz leise. Fledermäuse. Auf jeden Fall flog sie da gerade wieder her. Ja, da ist er. Ja, alter Schlebens. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera. Hier. Eine ganz große Fledermaus. Da kommt sie. Boah. Alter, Walter. Das ist aber nur eine, oder? Ja. Zwei. Zwei sind es. Hängt noch irgendwas unter der Decke? Was ist das? Das ist ein Nest. Das ist ein Nest. Alter. Da sind bestimmt... Zehn. Zehn, zwölf. Ja. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Da hängt hier so eine ganze Gruppe kleiner Fledermäuse unter der Decke. Und schillt sein Leben. Und die großen Fledermäuse, die man hoffentlich eben auch gesehen hat, das sind dann wahrscheinlich die Elterntiere. So, wir steigen jetzt mal zurück zum Einstieg und gucken uns dann noch weiter um. Es könnte nämlich sein, dass es hier vielleicht noch andere Zugänge gibt. Mit deinem Handtischen hängen geblieben oder nicht? Ja, ich bin mit meinem Handtischen hängen geblieben. Ja, ich bin mit meinem Handtischen hängen geblieben. Und der wird jetzt natürlich auch noch unter die Lupe genommen. so. Okay, da hinten könnte eventuell schon Schicht sein. Das sieht ja schwer nach Verbruch aus. Wenn ich mir die Felsen hier so seitlich angucke, macht das noch einen sehr fehlenden Eindruck. Dahinter ist ein Raum zu erkennen. Okay, hier konnte man durch. Da geht es auf jeden Fall in einen großen Raum weiter, aber wir müssten zwischen diesen beiden riesigen Platten durch. Das war's wieder einmal. wir sind hier in einer riesigen halle gelandet wollen wir doch mal gucken was sich da hier noch so alles verbirgt das sind ich würde jetzt einfach mal sagen zehn meter deckenhöhe oder was meint ihr das geht ja da oben noch weiter das ist einfach riesig alles professionell abgestützt hier noch alte schweller schwellen die dinger sind irgendwann mal hier oben raus gebrochen jetzt wird es wieder interessant also da vorne wird sagen wir gucken erstmal da aber da könnte schon eventuell schicht sein wo das hier so braun mit raus kommt ist das kein kalt mehr da könnten mal nagel gewesen sein oder irgendwie eine eisenerz ablagerung deswegen verfärbt sich das dann schön dunkel hier ist noch eine kleine ecke mit wasser also watt hosen brauchen wir schon mal nicht zu holen das könnte vielleicht hinten einmal so komplett rumgehen wie da wo es eben da hinten hergehen ich würde sagen das ist der gang wo man eben hätte hochgehen können geht es da weiter ja erstmal hier die ganzen wellen das ist vom ozean ja das ist wie jeden auch ja und das ist quasi wenn wenn ein wattenmeer so ebbe ist ja wenn er so die wellen noch drauf hast genau das ist das was du dann siehst also wir sind jetzt praktisch unterhalb eines prähistorischen ozeans ja wenn du so siehst also das ist eine verbruchhalle was du siehst das sind platten die runtergekommen sind ja das sind die platten die runtergebrochen sind die kalkschicht genau da zieht sich feuchtigkeit rein und dann fällt dann platzes an den kalkschichten weg das ist ein verbruchteil da geht es auf jeden fall weiter aber auch was es für platten sind das das kriegt man so auf dem video ja gar nicht richtig rüber die haben ja die größe von ein zwei kleinwagen eine riesige platte einfach nur die frühkammer an der decke hängen das hat locker die größe von einem bus auf jeden Fall geht es da weiter hey weil wenn du jetzt mal hier runter guckst siehst du das da ist eine mauer ja und da geht es steil runter nach dem villa ist ja noch ein gang ich denke wir sind da unten her gegangen das könnte sein ja sicher wir haben doch da gestanden da ging es doch hier um die halle wie hoch die da haben wir doch gesagt wie hoch ist die halle ja das könnte sein ja schöne versinterung ja aber wir haben gerade was schönes gefunden dass man auch nicht alle tage in einer höhle beziehungsweise jetzt hier in einem alten bergwerk findet das müsst ihr euch anschauen hier entstehen höhlenperlen hier hat sich über die jahre so eine richtig schöne versinterung gebildet die gespeist wird das kalthaltige wasser aus der decke tropft schön so eine empfindliche struktur die sich über jahrzehnte aufbaut rechts links spannend wo es hier hin weiter geht auch noch einen alten benzinkanister da sind wir runter gegangen und dann da oben und dann rechts zum nick wir sind gerade einmal nur jetzt hier rumgegangen richtig ja ja wir sind noch von da gekommen rein da sind wir hier auch rein gerade wir sind hier müssen zu da wirklich einen schönen dicken brocken stehen lassen zur stütze wir sind vorhin da dran gegangen genau das sind die wannen wir sind jetzt einmal im großen bogen mit das ganze ding drin ja 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 alter ich komme gleich lieber raus dann bleibst du halt da komm komm ich habe das ding im rücken das häng ich fest immer noch hier runter die drahtseile genau hier wollten wir eben nicht hochfahren dann sind wir geradeaus weitergegangen ja wir sind ja eben da hinten rein gegangen und dann da hinten hoch ja ja also hierher wieder retour ja freunde das war es dann auch mit diesem stolz ich hoffe ihr hattet genau so viel spaß wie wir wir hatten doch spaß oder ja hatten wir und in dem sinne würde ich einfach sagen sieht man sich im nächsten video wenn es euch gefallen hat würde ich mich über einen daumen nach oben freuen kanal abonnieren nicht vergessen und wir würden sagen bis zum nächsten mal ciao